Ach schade, keine Geisel, aber Bombe zum Abschluss des heutigen Abends und damit Hand oder Seiz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hm, drei Gegner sind am Ende großgeschrieben nach ihrem Unterstrich. Das hat bestimmt was zu bedeuten, alle haben Unterstrich, die spielen alle zusammen. Wir müssen eine Bombe auf. Juhu, jetzt bin ich gefangen. Oh. Äh, hier, Barra, 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 Barra. Beim Schärfer hat er. Hm, Kapisch raus, weg. Kamerafrau haben sie. Nein, so komme ich nicht. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Äh, grünen Müse. Ah, jetzt hat es mich zurückgesetzt. Was, wer röchelt hier? Garage ist jemand. Das ist der Westenmann. Außerdem noch ein Spritzenmann, ist Fragezeichen. Wir haben Spritzenmann, was schon da ist. Ach so, Entschuldigung. Ach, scheiße, 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 Mann. Jetzt kommt von da, Mann. Ach, wie die da gehen. Was machst du denn auf dem Dach? Die sind nicht oben. Ich bin gerade da, wo ich schreien will. Her unten. Nee, das ist nicht so klar. Spritzenmann habe ich. Mist, die Drohne ist weg. Doch, aber ich wollte eigentlich mit der gucken, die im Raum steht. Auf dem Klo ist jemand. Ja, auf dem Klo habe ich gehört. Das Bödes Lision ist halt auch beim Billiard. Dachte ich. Ich glaube, der liegt hier irgendwo. Jetzt kommt mir jemand in den Rückengereich. Ja, hinter mir. Nee, wo ist das? Das ist jetzt Gelegenheit. Ach, Treppe. Ich dachte, das ist jetzt Gelegenheit. Oh, nö. Das lässt sich nicht markieren. Jetzt lässt man rot. Eigener Druck getötet. Wir sind noch zu fünft, aber der ganz oben links hat kein Bildchen. Jetzt hat er eins ein Fragezeichen. Jetzt hat er eins ein Fragezeichen. Jetzt hat er eins ein Fragezeichen. Und hatte lange gar kein Fragezeichen. Wahrscheinlich ist er schon in der nächsten Partie. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht bar. Klingt wie Geldraum oben. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kamerafrau haben wir. Mal schon mal verletzt. Herrchenmann, so wie es aussah am Sauer. Noch zehn Sekunden. Der ist schon. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Kamerafrau, Serverraum raus. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Wo willst du denn nicht lang? Fangen wir mal so an. Ich hab nichts mehr. Kamerafrau von, äh, Kamerafrau von Valkyrie. Kamera von Valkyrie. Ja, die hab ich so früh. Wer verblendt Kanate. Gymnastikraum ist Kamerafrau. Kamerafrau rennt aus dem Gymnastikraum raus. Zur Treppe hinter. 20 Lebenspunkte weniger. Hm, okay. Das muss der Mietwissen. Ich mach die Terrasse auf. Wisst ihr, ob noch wer im Gymnastikraum ist? Nee. Die Kante unten ist beschissen. Okay, der leckt gerade wieder. Rechts ist Freihogel? Ja. Geh ich mal rein. Ah, hinten ist jemand. Kerchenmann ist es. Ich guck grad Tür hinter. Zweite Zündung von ihm. Zeig, wenn du in den Rechts rein gehst. Okay, das ist okay. Kamerafrau hab ich. Man, wieso hänge ich denn hier? Wo hänge ich denn jetzt hier? Kerchenmann hat die dritte gezündet. Dritte gezündet. Haben. Kerchenmann hab ich. Warte, da komm ich gleich durch die Luke runter. Ich steck Treppe ab. Falls jemand hoch will. 30 Sekunden noch. Wir müssen langsam vor. Ich geh mit Seraphina mit. Warte, da hast du Loch in der Wand. Nur noch ein Gegner übrig. Ich würde nach links rein. Ah, da hängt nichts. Ah, Treppe, Treppe. Ja. Entschärfer ist jetzt. Sicher. Nein, ich treff's nicht. Doch. Oh. Oh, was ist denn anziehen? Er eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Und Mira hat mich mit ihrer Shotgun nicht getroffen, Alter. Ich stand, wir stand ins Gegenteil. Ich werf ne Granate rein und huu. Ne, Dokt Kornos. Der rennt erstmal zur Granate hin. Aber ich hab nen leider erschossen. Der wollte sich das mal ganz genau angucken. Sagt er, das wär ein kleines Knallbonbon. Ui. Der Beste ist aber noch nicht. Der saß an dem Tisch, direkt an der Tür. Noch nicht, das sagst du. Stimmt. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Die Gegner haben Tomahawk. Nicht Tomahawk, weil dann würde er ein zweites Erbestellten. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Böses Auge bereit. Der Gegner hat eine Dämpfe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Wir sind Abwehrmittelein. Projektile werden abgefangen. Bauer auf. Böses Auge auf patrouilliert. Die ist nicht immer so schräg hast. Manche mit der Schrunde, das ist blöd. Aber dann bleibt die Wand halb zu. Ja, vor allem sind auch da Leute gefunden. Ja, die hab ich schon beachtet. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Oh, Gleis, Hamza. Gleis, Vordach. Oh, Mira, ist doch grössend, wahnsinnig, ey. Ach, das ist scheiße Rauch. Ich hab das als Wand wahrgenommen. Scheiß Dreck. Entschärfers bei mir. Terrasse offen. Terrasse ist jemand. Der ist auch offen. Der Mietterrasse. Ich weiß nicht. Bei der Luke ist jetzt jemand drin. Zwei drin. Gleis, jetzt Terrasse. Kamera kaputt. Ach, ach, nö. Wie will er mich denn jetzt... Ach, komm, Alter. Was kann doch... Gleis vorm Klo. Im Gang. Ach, komm, Alter. Das ist so lächerlich. Magen und Probe eliminiert. Mission gescheitert. Weiß nicht, wie man da an Mira-Fenster hinschauen kann. Ja, innen rücken, ja genau. Scheiße. So ein Mist, dass man die Luke auf dem Dach nicht verstärken kann. Räuberleiter. Ja. Wo ist der Leiter, wenn man ihn mal braucht? Schmiede-Fitnessraum. Kein Mira-Fenster. Was heißt da? Frau Frost will die Pappwand schön aufmachen. Das ist doch Schrotflinte. Nein, mit der Wasserpistole. Ist hier bloß eine Pappwand. Irgendwann weicht die auf. Was? Da will die aufmachen. Ist die doof? Oh, nö. Kann ich hier zumachen, die ganz lange Wand? Nee, weil das die Bombe... Lieber... Ja, da. Bart. Zumachen. Ja, würde ich zumachen. Die Frau Frost nervt. Terrasse ist noch offen, ne? Wollt, machst du jetzt? Schön klar sein. Ja, ich kann nur eins. Schäm dich. Es bleiben 10 Sekunden. Warum ist die Wand noch nicht offen? Weil Frau Frost das machen soll. 5 Sekunden. Kacke, hab auch noch Campersorge platziert. Uh, das wird schief gehen. Wände wurden befestigt. Achtung, ich mach Wand auf. Ein Stück zu weit oben. Oh, Fenster geht schon auf. Ja, ist doch noch zu. Hat einen Schuss gegeben. Die Tal gelegt. Sicherheit noch von ihr. Mein böses Alter, der Knopf, der hier passt sonst was vor. Becken, komm es mal rein. Kali haben sie. Ja, die Mine, die Luke ist wahrscheinlich auch schon wieder offen. Ähm, Terrasse ist offen. Vordach. Vordachrauch. Heiße, Kali kommt nicht noch. Ach, du Kackdreck. Hoppen. Ich guck Loch, Lukenraum. Hat mich Tür, Lukenraum. Doch, Leute, aber... Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ach, dieses blöde Wand aufmachen da von Frau Frost. Genau die Wand. Das hat doch damit nichts zu tun, ey. Guckt einfach wieder keiner. Da hofft man, dass Frau Frost mit ihrer Schrottflinte zwischen den Bomben aufmacht. Und was macht sie? Sie macht da, wo man bei der Luke reinspringen kann, dem Gegner noch mehr Freifahrt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss.